moin moin und herzlich willkommen zurück zu gothic ja hier vorne haben wir noch mal zwei von diesen drohnen gefunden und noch mal eine ratze da unten und die ist ja immer noch auf der suche nach den nach der einen stein tafel frank jetzt kommt die ratte alter jetzt ab das war ein bisschen heftig ein bisschen viel ich sehe davon eine ratte und ich sehe da irgendetwas leuchten so was können wir uns jetzt die heilung mit den jemanden nehmen und dann noch ein von denen aber waren so dass ob hier das sind keine ratten lassen war so waren es eben auch mit noch eine freundin ist so jetzt will der hier auch noch stress kommt und ich sehe davon noch mehr wo genau sind wir jetzt hingegangen auf dem okay das sind jetzt wieder ratten das sind wieder ratten wie viele ratten hier sind ja komm näher komm komm ein bisschen der lässt sich aber zeit der hat sich wirklich der sich aber wirklich richtig zeit gelassen dabei da ist aber noch einer ja komm ja komm renn so gönnen wir uns noch mal ein paar heiltränke und für das letzte bisschen da ist ja noch einer ich hatte jetzt gedacht das wäre es und noch eine drohne da ist nicht da sind ja noch mehr drohen wie viele sind denn hier von den viechern hier sind schon extrem viele an einer an einer einzigen stelle sogar so viele heilwurzel heilkraut feierwurzel baldbären nice aber aber eine weitere hütte mit steintafeln finde ich jetzt irgendwie nicht sumpfkraut eine höhle ich speichere vielleicht mal lieber bevor wir da reingehen aber 105 moritz habe ich vermisst Nichts zu holen. Da ist schon der nächste. Nichts zu holen. Und hier ist sogar... Warte, jetzt brauche ich definitiv eine Fackel, ansonsten sehe ich nichts. So, wo haben wir die Fackeln? Da. Warte mal, hier ist ein Kreuz. Ah, hier. Also noch ein Schatz gefunden. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Was habe ich gefunden? Lederbeutel. Und noch ein Trank. Und das war's? Okay, Höhle haben wir fertig. So, wieder auf Schwert. Aber ich will jetzt wirklich wissen, in welcher Hütte sollte ich jetzt die Steintafel finden? Hier ist noch ein Weg. Moment. Ach, ich bin hier. Ich bin wieder hier. Dann ziehe ich mich immer lieber wieder um. Nicht, dass die mich dann jetzt angreifen. Angreifen, Piratenrüstung, Drachenjäger, Banditen. Irgendes Wasser. Wir haben zu viele Outfits gerade. Vor allem, wir haben hier jetzt hier 30 Lernpunkte. Wir könnten die mal eigentlich aufinvestieren, dann erstmal um die nächste Sprache ein bisschen weiter auszubessern. Was höre ich mir hier? Okay, hier ist nichts drin, was mich angreifen könnte. Uh, ich habe hier ein Kraut übersehen. Dass ich nicht mitnehmen kann. Okay, warum? Warum kann ich das nicht mitnehmen? Äh, hier, Satoras. Hi. Wegen Raven? Er hat eine Goldmine und lässt die Gefangenen darin nach Gold schürfen. Das sieht ihm ähnlich. Du musst die Gefangenen da rausholen. Ja doch, ich arbeite dran. Mhm, äh, und wegen der Reliquien? Wegen der Reliquien. Ich werde sehen, ob ich was finde. Gut. Beeil dich aber damit. Die Zeit ist nicht unser Verbündeter. Äh, was sind die Reliquien? Was sind denn die Reliquien, die ich suche? Hier, Medarion. Äh, wie läuft's? Wie läuft's? Hör mal. Seltsam. Findest du nicht? Hm. Diese Teleportersteine scheinen nicht zu funktionieren. Und trotzdem wird man sie surgen. Obwohl sie nicht aktiv sind, ruht trotzdem eine gewisse Energie in ihnen. Äh, was glaubst du müsste man tun, um sie zu aktivieren? Was glaubst du müsste man tun, um sie zu aktivieren? Ich habe da so eine Ahnung. Ich brauche nur noch einen Beweis für meine Vermutung. Ich hatte schon vor Tagen so ein Gefühl, als hätte ich die Bauweise dieser Objekte schon früher einmal gesehen. Ich schätze, wir müssten ihnen eine verdammt große Menge an magischer Energie zuführen, damit sie wieder ihren Dienst verrichten. Äh, was für Energie? Was könnte genügend magische Energie dafür aufbringen? Da fällt mir nur eins ein. Ein magischer Fokus. Ich meine einen der fünf Fokussteine, mit deren Hilfe damals die magische Barriere im Minental erschaffen wurde. Soviel ich weiß, hast du sie für uns vor einiger Zeit wieder beschaffen müssen. Ja, ich kann mich erinnern. Hm? Wo sind die Fokussteine heute? Wo sind die Fokussteine heute? Sie sind mir anvertraut worden. Ich soll sie verwahren, bis wir wieder Verwendung für sie finden. So wie es aussieht, ist es jetzt soweit. Äh. Du sagst, ich brauche einen Beweis für deine Vermutung? Du sagst, du brauchst einen Beweis für deine Vermutung. Man müsste einen magischen Fokus an diese Teleportersteine anschließen. Aber ich wüsste nicht, wo. Äh. Wo hast du diese Teleportersteine schon mal gesehen? Wo hast du diese Teleportersteine schon mal gesehen? Du bist doch damals auch in der Strafkolonie gewesen. Sind dir diese Steine niemals aufgefallen? Ich bin ziemlich sicher, dass man sie heute noch dort finden kann. Mhm. Äh. Was treibt diese Teleportersteine an? Was treibt diese Teleportersteine an? Die Erbauer waren ein sehr weit fortgeschrittenes Volk. Sie haben sich Eigenschaften der Magie zunutze gemacht, wie wir es noch nie gesehen haben. Ein Netz von Teleportersteinen wurde aufgebaut, das die Erbauer schnell von einem Ort der Stadt in den anderen bringen konnte. Die Steine hier bilden offenbar eine Art Zentrum. Hm. Ich habe genug gehört. Ich habe genug gehört. Gib mir einen Fokusstein. Gib mir einen Fokusstein. Ich will versuchen, ob ich die Teleporter zum Laufen bringe. Na gut. Aber pass gut darauf auf. Hörst du? Saturas würde mich köpfen, wenn wir sie verlieren. Äh. Warte mal. Hier drinnen gab es ja auch einen, ne? Lass mal da reingehen. Und den dann mal aktivieren. Apropos, da hoch will ich auch mal hingehen. Oh. Ist das Spiel gerade bei mir verpackt oder warum kann ich das nicht einsammeln? Nichts zu holen. Das Spiel ist gerade ein bisschen verpackt bei mir. Ein Fokusstein, da haben wir es. So, und da haben wir, genau, da haben wir den ersten. Ah, und jetzt leuchtet das. So, Medarion, wo bist du denn? Ich habe einen Teleporterstein aktiviert. Ich habe einen der Teleportersteine aktiviert. Das sehe ich. Habe ich also doch recht gehabt. Ich habe mit den anderen schon darüber gesprochen. Wir wollen, dass du versuchst, alle Teleportersteine zu aktivieren. Es wäre bei unseren Nachforschungen eine große Hilfe, wenn wir schnell von einem Teil der Stadt in den anderen gelangen könnten. Hier hast du einen weiteren Fokusstein. Aktiviere sie alle, wenn du kannst. Ich werde es versuchen. Okay, nice. Ich weiß schon, wo ich suchen soll. Warte mal. Nee, wer? Nee, Mixi war doch hier derjenige, der wie Sprachen beibringen konnte. Mixi. Nein, das war Nefarius, aber... Mixi? Wo ist Mixi? Da oben? Ja, Mixi, hier haben wir ihn. Schon neue Erkenntnisse? Schon neue Erkenntnisse. Die Erbauer dieser Ruinen faszinieren mich. Nur schade, dass ihre Sprache so tot ist wie sie selbst. Ihre mächtigen Rituale und Beschwörungen waren auch keine Rettung für sie. Beschwörungen? Die Erbauer hatten eine starke Bindung zur Geisterwelt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann glaubten sie in ständigen Kontakt mit ihren Ahnen zu stehen. Hierzu wurden regelmäßig Beschwörungen und Rituale abgehalten, um die Geister um Rat zu bitten oder Erleuchtung zu erlangen. Äh, die Untoten, die ich kenne, hatten nie viel zu sagen. Die Untoten, die ich kenne, hatten nie viel zu sagen. Die Erbauer haben keine seelenlosen Untoten erschaffen wie Zombies oder andere böse Kreaturen. Bei den Geistern handelt es sich um die Seelen großer Krieger, Priester und Herrscher. Bisher habe ich keinen Zweifel daran, dass sie wirklich existieren. Hm? Wie funktionierten diese Geisterbeschwörungen? Die Totenwächter hatten ihre speziellen Formeln, mit denen sie die Geister besänftigten. Die Schilderungen, die ich hier finden konnte, sind jedoch teilweise sehr verwirrend. Nur selten erhalte ich klare Antworten auf meine Fragen. Äh, lehre mich die fremde Sprache. Die hohe Sprache der Priester ist wahrhaftig sehr schwer zu verstehen. Aber ich kann sie dir gerne zeigen. In der Sprache der Priester sind vor allem heilige Schriften verfasst, die die Geschichte und Magie der Erbauer erklären. Jeder dieser Texte ist eine wahre Kostbarkeit, wenn man ihren Sinn versteht. Hm, klar, das nehme ich, das lehre ich. Gehe hin und erprobe dein neues Wissen. Du wirst sehen, dass die Schriften der Erbauer nicht länger ein unlösbares Rätsel für dich sind. Äh, lehre mich die fremde Sprache. Es gibt nichts mehr, was ich dir noch zeigen könnte. Du beherrschst jetzt die Sprache der Erbauer. Okay. Äh, wenn ich einen Geist sehe, dann sage ich dir auf jeden Fall Bescheid. Wenn ich einen Geist sehe, dann sage ich dir Bescheid. Ja, ich bestehe darauf. Okay, nice, dann können wir jetzt... Äh, wo war denn das? Andersbeutel, Krautabak. Kann ich das auch machen? Nö. So. Hier, Lederbeutel, die machen wir jetzt mal auf. Wir haben eben mehr als genug Gold. Die kann ich eigentlich auch lesen, ne? Quachodrons, äh... Die Kaste der Krieger hatte den Zorn unseres Gottes draufgesprochen. Rademis, der Nachfolger Quachodrons, wurde er gebannt. Aber seine böse Macht erreichte uns selbst vom Ort seiner Verbannung noch. Wir waren machtlos dagegen. Adanos Zorn hat Jakinda getroffen. Okay. Steht auf allen dasselbe, oder wie? Hier, jetzt kann ich aber das hier... Lebtenergie 15... Nochmal 15... Mana plus 6... Nochmal Mana plus 6... Nice. Alle Steintafeln gelesen. Okay, wir sind auf jeden Fall schon... Oh, da können wir hoch. Da nehmen wir mit. Schinken, Brot, Überfolder. Nice, nehme ich mit. So. Und alles Fleisch auch nochmal braten hier. So, Satz Rasse ist jetzt wieder hier oben. Ich nehme dann alles mal mit. Ein Krautstampfer, nice. Geweihtes Wasser. Womit denn? Alchemitisch. Mana Tränke, Heiltränke brauen, spezielle Tränke brauen. Was gibt's unter... Tabak mischt und Stängeldrink. Uh, hier kann... Sumpfkraut verarbeiten, ein Stängel. Nice, wie viele Stängel ich hier machen kann. Hörtlich, raff ich, wie das funktioniert. Aber wundert mich, dass ich dafür extra ein Ding hier brauche. So, aber ich will jetzt mal gucken. Spezielle Tränke, was habe ich hier? Nix. Äh, Schnaps brennen will ich nicht. Heiltränke. Kann ich auch nicht machen. Mana Tränke. Auch nix. Knaps. Kann ich nix machen. Tabak mischt und Stängeldrink. Okay, dann bleiben wir hierbei. Okay. So, das dauert aber auch ewig hier. Womit denn? Womit denn? Ich hab gar nix mehr. Okay, aber jetzt auch einmal noch mal kurz pennen. So, bis zum nächsten Morgen. Gesundheit ist wieder voll. Dann will ich mal hier hochgehen und gucken, was es hier oben gibt. Oh, was haben wir hier? Noch eine Spruchrolle. Okay, nice. Ähm, ja. Genau. Hallo, ich will da hoch. So, was gibt's denn hier oben? Gold. Mehr Gold aber auch nicht. Weidenbeere, perfekt. Weidenbeere, perfekt. Hier oben ist auch nichts. Außer eine Weidenbeere. Unten noch eine Weidenbeere. Was haben wir denn hier? Geradensäbel, Wasser. Okay, der Dude tut mir leid. Ja, aber so ist nun mal die Welt. Manchmal überlebt man's halt nicht. So, komm. Ich hoffe, ich schaff's hier, heile wieder runter zu kommen. Ja. Haben wir geschafft. Ah, okay. Den haben wir schon mal. Und fünf. Ich weiß auf jeden Fall, wo zwei weitere sind. Da könnten wir rein theoretisch hin. Wenn wir auf der Map nochmal schauen. Im Canyon weiß ich einen. Im Piratenlager weiß ich jetzt keinen. Ich glaube, hier ist... Doch, einer müsste dann noch hier im Sumpf sein. Also, den im Sumpf weiß ich auf jeden Fall. Oder vielleicht einer bei den Banditen im Lager. Da könnte auch auf jeden Fall einer sein. So, hier müssten wir eigentlich auch alle schon bekämpft haben. Unglaublich, wie viele Pfeile hier einfach rumliegen. Und ein rostiges Schwert. Und ein rostiges Schwert. Hier unten waren wir schon. Hier unten waren wir schon. So, ich hoffe, die Piraten greifen mich jetzt aber nicht an, weil ich das hier anhabe. Ich glaube, hier runter zu springen, wäre keine gute Idee. Ach, hier sind wir. Stimmt, wo wir von den Orcs kaputt gehauen wurden. Ganz am Anfang, als wir hier ankamen. Oh, nee. Hey. Hör auf. Hör auf. Okay, nochmal laden. Wieso? Alter, ich habe da jetzt gerade nicht gerafft mit den, äh... Wo stehen genau die Orcs? Kann ich die von hier aus sehen? Wo genau führt das hier jetzt hin? Ich sehe die Orcs echt nicht. Wenn ich ein bisschen rauszoome... Irgendwie vielleicht dann doch erkennbar. Nee, ich werde die nicht sehen können. Egal, was ich mache. Ich glaube, hier ist es immer noch zu früh. Vor allem, wir sind nicht stark genug gegen Orcs. Erst recht nicht gegen zwei gleichzeitig. Ich finde das heftig, wie stark die sind. Oder ich bin echt zu doof, gegen die zu kämpfen. Wo war denn... Da ist der Durchgang. Dann würde ich erstmal vielleicht wieder in Richtung Canyon gehen. Und vielleicht nochmal mit den Piraten reden. Vor allem auch hier unten, das Gebiet. Das will ich noch auf jeden Fall erkunden. Das ist vor... Das ist... Warte mal. Wir können doch eventuell hier rum. Hier ist ja irgendwo ein Weg markiert. Und dann einen anderen Weg halt. An den Orcs vorbei. Okay, hier sieht es krass aus. Goblins, wo? Ah, da. War das jetzt nur der eine? Okay, jetzt gehen wir hier mal runter. Hier erkunden. Das sind keine Drachen-Sniper. Das sind keine Drachen-Sniper. Normale Snipper. Der sich hier jetzt... Ein Goblin... Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Der sich jetzt ein Goblin gönnt. Was haben wir hier? Ähm... Hallo? Rift die doch! Kann die auch mal runterkommen? Weißt du was? Das ging mir jetzt auf den Sack zu holen. Nichts zu holen. Okay, hier haben wir einen dicken Troll. Ach nee. Ja, komm. Dann würde ich aber sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's. Ich bin's, ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020